22 Die 22 kommt zu uns ein Hengstfohlen vom Cornet Deluxe aus Saldanaus, Eiger 1 Mutter gezogen. Wohl, das sich vorhin schon so toll gezeigt hat, aus der Zucht von Ulf-Hendrik Bösch aus Brestedt. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich. Und natürlich musste der Züchter auch einmal zu uns kommen, Herr Bösch. Denn dieser dritte Platz wird großartig belohnt mit insgesamt 300 Euro Deckgeldgutschein, mit einer Sonnenliege. Und zudem noch ein Pflegeset für Pferde, Longe, Futter dazu, ein Sack Marstallmüsli, damit es dann positiv weitergeht in der Entwicklung. Glückwunsch, wir freuen uns und schauen gern das Wohl noch einmal in der Bewegung. Auf der Ehrenrunde kommt Deluxe, die Mutter Laponia von Lordanos. Dritte Platz. Brotz.